Das Gefühl vor dem Start ist unbeschreiblich. Das Wissen, dass ich jeden Moment losfahre, macht mich mega happy. Mein Bike über Stock und Stein zu lenken, gibt mir eine unheimliche Freiheit, eine Grenzenlosigkeit. Auch wenn ich zum Gewinnen schnell fahren muss, habe ich die Geschwindigkeit immer im Auge. Die Sicherheit ist mir sehr wichtig, darum passe ich meinen Fahrstil, den Gegebenheiten und dem Wetter an. Mit meinem Bike bin ich schon viel als erste Überziellinie gefahren. Wir haben schon enorm viel zusammen erlebt. Mein Bike bringt mich sicher ans Ziel. Mein Sanger Corando bringt mich Sicherheit.